Gerade wenn man ein Pro-Partner ist, sollte man auch die Veranstaltungen besuchen und versuchen, neue Eindrücke, Inputs zu gewinnen. Und dann habe ich mir halt nicht nehmen lassen, auch aus Berlin anzureisen. Ja, das Event ist schon so ein bisschen natürlich auch einerseits klar, das Produkt darzustellen und das Drumherum, was dann noch geliefert wird, dass wir in einem Stadion sind, das ist natürlich eine wahnsinnige Atmosphäre. Wenn ihr Fragen habt, fühlt es sich an. Wenn ihr irgendwelche Fotos annehmen wollt, dann findet ihr alles gut. Alle drauf. Und wir können jetzt auch schon mal los nach oben gehen. Die Tür loaded Dulce earlier in Sur darkness. Vielen Dank. Vielen Dank… VOLLEGEN! Ist hier irgendjemand aus Köln dabei? Der darf sich nicht setzen, oder wie? Und nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Der Ball ist wund. Eintracht-Fan. Es ist uns eine große Ehre, dass so viele von unseren Top-Kunden hier sind. Das hätte ich nicht erwartet, dass so viele unserer Partner aus ganz Europa hier zusammengekommen sind, zum Teil weite Wege auf sich genommen haben. Meine Verantwortung als Installer sind, meinen Kunden mit dem besten Produkt, das ich finde, ist auf dem Markt möglich. Und LG tickt die Boxen. Wir machen mittlerweile über die Hälfte unseres Jahresumsatzes mit LG. Die Begeisterung, LG zu verkaufen, das war deutlich mehr nochmal, als wir erwartet oder erhofft hätten. Also ich finde, LG bietet ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir haben für alle Produkte einen Anwendungsbereich für alle Produkte. Sie bieten immer die Boundaries und diese neue Produkte sind wieder vor dem Markt. Das wäre geil. Heute kommt das Sahnehäubchen. Tau anschießen. Wir setzen sehr stark auf LG. Wir machen Gesamtsystemkonzepte für Strom- und Wärmebedarfsdeckung und da ist LG ein hervorragender Partner für die Zukunft. Die Kunden haben uns sehr viel mit auf den Weg gegeben, einige Hausaufgaben. Mit voller Begeisterung gehen wir jetzt die Aufgaben des nächsten Jahres an. Die Photovoltaik-Branche ist ja immer noch stark im Wandel. Von daher sind solche Veranstaltungen für mich immer sehr wichtig. Das Event hat wunderbar gemacht. Das gibt uns eine große Möglichkeit, die Netzwerke und die Boundaries mit LG zu re-establishen. Alle, die hier waren, haben gesagt, dass sie mit LG sehr erfolgreich unterwegs sind, sich auf das nächste Jahr freuen. Rundrum positives Feedback. Der Vielen Dank.